Es ist an dir, das zu händeln. Wofür wir jetzt hier dran sind, ist, dir mehr Parameter für deinen individuellen Regelkreis zu vermitteln. Und das machen heute unsere Referenten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der erste Referent ist Jörn Klaassen. Ich schaue nie Fernsehen, wir wahrscheinlich auch nicht, niemand von uns schaut Fernsehen. Aber ich war von einer Sendung fasziniert, NDR, die Ernährungs-Docs. Und zwar sind da ein paar Ärzte in Hamburg auf einem wunderschönen Floß, auf dem Boot. Die schauen sich die Kunden, die zu ihnen kommen, genau an. Die analysieren die, wo stehen die. Und die versuchen, die Nahrungsmittel optimal auf die Person einzustellen. Wir versuchen ihnen das auch mit viel Geschick beizubringen. Und man kann diese Person betrachten, so über ein halbes Jahr, und sieht, wie sich die verändern. Und deshalb ist jetzt die Bühne frei für dich, Jörn. Und für deinen Ansatz mit der Ernährung, die so eingestellt ist, dass sie halt eben den Menschen gut tut. Applaus Wir machen das auch mit dem Boden. Komm, Hello. Und warum. Wie gesagt, jetzt, plan! Würfund, Ich. Und Sie.